Meine Kinder, der Arm meines göttlichen Sohnes ist, im Begriffe drehen zu schlagen. Ich kann ihn kaum mehr zurückhalten. Helft mir, wenn ihr meine Liebesflamme anruft, werden wir gemeinsam die Welt retten. Besucht oft das Allerheiligste Altarssakrament. Jesus, wenn ihr nicht zu mir kommt, wie soll ich euch dann meine Gnaden austeilen? Die Fülle der Gnaden sind in meinem Herzen angehäuft. Mein Herz ist unermesslich in seine Liebe. Mit der Flamme meines Herzens werde ich Satan verblenden. Mit euch vereint wird die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens die Sünde versengen. Die Gnadenwirkung meiner Liebesflamme hieß ich über alle Völker und Nationen aus. Nicht nur über jene, die der katholischen Kirche angehören, sondern über alle, die mit dem Merkmal des Kreuzes von meinem göttlichen Sohne gekennzeichnet sind. Darum will ich, dass die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens überall bekannt werde, wie auch mein Name auf der ganzen Erde überall bekannt ist. Reisten wir Söhne? Ja, aber was heißt Söhne? Werfen wir zunächst einen Blick auf den gekreuzigten Herrn. Er wird uns Antwort auf diese Frage geben. Betrachten wir seinen zum Tode gemarterten Leib. Die Henker hatten ihn so schändlich zugerichtet, dass er nicht mehr zu erkennen ist. Überlegen wir. Wer ist es, über dem dieses Todesurteil verhängt wurde? Es ist der Mensch gewordener Gott. Ist es möglich, dass Menschen es wagen, Hand an ihre Entschöpfung zu legen? Leider. Die Henker waren jedoch nur die Vollstrecker des Todesurteils. Der tiefe Grund liegt in der Sünde der Menschen. Die so tief in Sünden versunkene Menschheit hat diesen Gräuel, diesen Frevel fertiggebracht. Warum musste Jesus, der Sohn Gottes, eines so schmächtlichen Tod sterben? Er, die Unschuld selbst, will für uns Menschen eintreten und die riesengroße Schuld aller Menschen auf sich nehmen und sie an unserer Stelle wiedergutmachen. Diese Genugtuung heißt Söhne. Auch heute spricht Jesus voll mit Leid und Erbarmen. Dieselbe Bitte wie einst am Kreuze, aber noch dringender denn je. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschheit hat Gott den Rücken gekehrt. Sie geht ihren eigenen Weg und befindet sich in einem solch tiefen Abgrund der Sünde, wie dies noch niemals der Fall war. Dieser Abfall ist eine ungeheure Beleidigung Gottes, der die Menschen so zärtlich liebt. Jesus hat für unsere Sünden wahrlich hart, ja bitter gebüßt und das Seinige getan, um alle Menschen zu retten. Nach dem Plane des himmlischen Vaters vermag er jedoch nichts ohne uns. Unser Mitwirken mit Jesu, Sühne leiden, ist daher unerlässlich. Die Sünde ruft naturgemäß die Strafe nach sich. Wollen wir der wohlverdienten Strafe entgehen, müssen wir uns mit Gott versöhnen. Durch unsere Sühne vermögen wir, das begangene Unrecht wiedergutzumachen. Durch unsere Sühne, durch unsere Genugtuung, Wiedergutmachung. Jesus schenkte und vertraute uns am Kreuz seiner Mutter an, und sie nahm ihre neue Aufgabe mit der mütterlichen Liebe ihres Herzens wahr. Wir, die wir ihrem Aufruf und Einladung Folge leisten und uns entschlossen haben, der sühnenden Armee Mariens anzugehören, Wollen in ihren Händen ein gutes Werkzeug sein. Lassen wir uns für und lassen wir uns von ihr führen und leiten. Nachdem nun die Sünde überhand genommen hat, ist auch die Sühne aktueller denn je. Deshalb gab die Allerheiligste Dreifaltigkeit für diese bedrängte Zeit der Menschheit ein neues Mittel, um einerseits dem Urheber der Sünde, dem Satan und seinem Einfluss auf die Menschen, einen Damm zu bauen, andererseits uns durch vermehrte Gnaden gleichzeitig zu stärken, um ihm Widerstand leisten zu können. Letztlich soll auf diese Weise eine neue Welt der Gnade vorbereitet und verwirklicht werden. Dieses neue Gnadenmittel vermittelt uns die Allerheiligste Dreifaltigkeit durch die Mutter Gottes. Es ist die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Botschaft des gekreuzigten Jesus an die Priester Die siegreiche Königin der Welt Schwester Nathalie hörte den Heilern sagen Meine lieben Priester, Ihr wahren Apostel meines heiligsten Herzens auf Erden. Ich freue mich, dass ihr genauere Hinweise über das Sühne- und Gebetsleben haben wollt. Lasst euch ohne Umschweife sagen, dass meine Liebe euch bittet, nicht länger zu warten und unverzüglich dem Weg der Sühne, den ich euch weise, einzuschlagen. Ich, euer Erlöser, habe den steilen Weg der Sühne, den ihr gehen sollt, mit meinem Blut gesegnet und geheiligt. Ich habe es getan, damit eure Seele im Gebet und im Sühneopfer zum Heil der Seelen in Schönheit und Heiligkeit wachse. Eure Stunde ist gekommen, die Stunde, dem Sühneleben und dem Anruf der Gnade zuzustimmen. Dies ist es, was ich von euch erbitte, ich, Jesus Christus, das wahre und erstgeopferte Sühneopferlamm. Fürchtet euch nicht vor dem Opfer. Meine unbefleckte Mutter erwartet euch auf dem Weg der Sühne. Sie erwartet euch, damit ihr gemeinsam mit ihr den Zorn meines himmlischen Vaters besänftigt und um ihr zu helfen, die ganze Welt und die Seelen, die in der Sünde leben, vor der Vernichtung zu retten. Noch einmal sage ich euch, fürchtet euch nicht. Sie erwartet euch, damit ihr gemeinsam mit ihr den Zorn meines himmlischen Vaters besänftigt und um ihr zu helfen, die ganze Welt und die Seelen, die in der Sünde leben, vor der Vernichtung zu retten. Als Kinder des Sühneopfers betet tapfer, singt Psalmen, sündt, wie auch ich auf dieser Erde gesünd habe. Fragt mich um Rat für besondere Sühneleistungen. Nehmt sie aber nur mit dem Einverständnis eurer Oberen auf euch, damit der Feind eurer Seele euch nicht täuscht. Betrachtet und denkt nach, habt keine Angst und horcht, immer aufmerksam auf die Worte, die ich in eurem Gewissen an euch richte. Ich werde euch im Gewissen mitteilen, wie und wann ihr Sühneakte leisten und wie ihr nach meinem Vorbild Leiden auf euch nehmen sollt. So versichere ich euch, dass ihr nicht in die Irre geht, wenn ihr meinem göttlichen Anruf folgt. Fastet Die Selbstverleugnung soll zu eurem Leben gehören. Steigt täglich in die tiefe Freude eurer Seele hinab, um mich dort zu finden, mich, den leidenden Christus, damit eure Seele und euer Leib gestellt werden und mir nahe kommen, indem ihr die Leiden meiner Passion auf euch nehmt. Wacht und söhnt nachts mit mir. In diesen Augenblicken sollt ihr zu mir sprechen und mich trösten. Gebt auf meine Worte Acht, die in eure Seele aufsteigen und richtet einen Tagesablauf danach aus. Betet so, dass meine barmherzige Liebe eure Gebete auch erhören kann und dass eure höhere Mission auf mein Wort hin, dem Sieg der Kirche und dem ewigen Heil der Seelen durch die Kraft der Gnade sowie dem Liebeslob auf die Herrlichkeit meines Vaters diene. Seid vollkommen. Ich spreche nun zu euch, wie ich während meines irdischen Lebens zu meinen Aposteln gesprochen und hier über das Reich meines Vaters, die ewige Seligkeit und die Gottes- und Nächstenliebe gelehrt habe. Ich habe ihnen das, was ich jetzt zu euch sage, gesagt. Seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Ich weiß, ich verlange von euch eine große und wichtige Sache. Fürchtet euch nicht. Wenn ihr mich mit seiner Liebe liebt, dann werde ich Jesus Christus die Fülle der Vollkommenheit in euch sein. Ich bin in euch, wie ihr in mir seid. Ich bin in euch, wie ihr in mir seid. Freut euch! Euer Wohnen in mir ist in jeder Zeit das Geheimnis der Geheimnisse. Ich werde dieses Geheimnis erhellen, wenn eure Seele das süße Glück meine Herrlichkeit im Reich meines Vaters verkosten wird. Dankt mir für die Gnade dieses großen Geheimnisses. Ich möchte, dass das Licht meines Wortes die Kompassnadel eures Lebens sei, die euch zu dem beglückenden Besitz meiner Liebe führen soll, auf das eure Liebe auf immer mit der meinen Eins sei. unter der Gnadenwirkung der Verschmelzung eurer Liebe mit der meinen lebt im Einklang mit meinem heiligen Willen. folgt nur mir allein auf eurem Lebensweg. dient mir allein in eurer demütigen Liebe. Meine lieben Priester, ich spreche zu euch in der Freude des Erlösers, aber mein Herz ist betrübt. Ich bin traurig, dass eine Anzahl meiner Arbeiter nicht an mich denkt und in ihrer Liebe weit von mir entfernt ist. Es sind nur wenige, die meinem Herzen nahestehen, deshalb trauert meine Seele. Echte Freunde, mit denen ich die Geheimnisse meiner Seele austauschen kann, habe ich nur wenige unter euch, die mit Hilfe der Gnadenwirkung meine heiligen Worte, die ihnen anvertrauten Seelen näher zu mir bringen, damit ich sie heiligen kann und damit die Ehre meines Vaters überall auf der Erde in den Seelen und durch sie zunehme. Wenn auch nicht alle meiner Priester ihr Vertrauen in mich setzen, so verlangt doch mein barmherziges Herz danach, denen meiner Brüder den Weg eines mystischen Lebens zu schenken, die mich bis zur Selbstverachtung lieben, die ihre Seele in ihre Liebe, in meine ewige Liebe eingepfropft haben und deren Seele nur noch im Verlangen lebt, mit mir eins zu werden. Kurz darauf sagte Jesus zu mir, Freue dich mit mir über die gute Nachricht, dass durch dein und der Sühneseel Gebet einige meiner Brüder den Weg des Sühne Opfers eingeschlagen und die große Gnade des mystischen Lebens erhalten haben. In meiner Nachfolge dringen sie nach und nach tiefer in meine Gottheit ein. Bete für meine Priester, die dank meiner barmherzigen Liebe mir auf dem geheimnisvollen Weg der Gnade entgegen gekommen sind. Danke meiner unbefleckten Mutter für ihre große Liebe zu denen, die ich zum Priestertum berufen habe. Meine liebe Tochter, hilf mir, beim harten Werk der Erlösung durch deine Leiden, durch das Opfer deines Lebens, damit die Seelen zur ewigen Seligkeit gelangen und nicht verloren gehen, denn sonst wäre ich vergeblich für sie gestorben. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Deine 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 Vielen Dank.